Grüß euch! Ich heiße Paul, unterrichter Musikum Seekirchen Gitarre und wenn ihr zu uns kommt, werdet ihr am Anfang sowas spielen. Oder vielleicht sowas. Aber bald, hoffentlich, werdet ihr das schon können. Hallo, ich bin die Eva Moser-Reizemann. Auch ich unterrichte Gitarre am Musikum Seekirchen. Anfangen Gitarre zu lernen, kann man verhältnismäßig früh, so etwa mit dem Eintritt in die Schule. Die Gitarre ist ein Instrument, das in ganz vielen Stilrichtungen beheimatet ist. Und da es ein wichtiger Teil der Musik ist, mit anderen zusammen zu spielen, und ich das auch sehr gerne mache, hört ihr einen Teil einer Sonate für Gitarre und Biolongelo. Gitarre und Biolongelo 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020